Medivino-Koch Erkan stand früher in der Sterne-Gastroent am Herd. Ich geb dir richtig Power. Ich weiß nicht, dass da gut gekocht wird bei dir. Und die Konkurrenz? Ich glaube, dass der Richtung Sterne-Niveau kochen wird. Dann sowas. Portionsgröße ist ein bisschen klein. Das schmeckt einfach nur verkokelt. Mein Fleisch ist leider komplett sehr, sehr trocken. Da ist irgendwas schief gelaufen. Bis jetzt eine gute 6. Bei mir eine fragende 5-Alts-Tendenz. Ich bin bis dato leider enttäuscht. Ach Markus, da bist du nicht alleine. Ich bin auch von dir enttäuscht. Willkommen zurück in Bielefeld. Mit 29 Punkten ist das Konoba der Platzhirsch im Teutoburger Wald. Doch der nächste Herausforderer schaut schon mit den Hufen. Was erwartet uns heute im Herzen von Bielefeld? Und ist es nicht schön hier? Boah, richtig schön. Vor letzter Tag sind wir mitten in der Altstadt von Bielefeld. Es geht zu Erkan. Er ist, glaube ich, einer aus der Küche, würde ich jetzt mal sagen. Ich beobachte ihn ja doch schon ein paar Tage. Medi Vino, das ist der Name des Restaurants. Und ich gehe mal davon aus, das ist eine Ableitung von Mediterran und Winothek. Oder? Das Medi Vino hat im Februar 2020 seine Korken, äh Tore, zum ersten Mal geöffnet. Vino ist Weim und Medi beinhaltet das Mediterrane. Ich bin der Teil von Medi. Ich arbeite hier Medi Vino als Koch. Unsere Küchenrichtung ist so fokussiert, dass wir Crossover-Küche, also schon Spanisch-Mediterrane-Küche, aber schon mit anderen Levante-Küche oder auch internationale Küche verbinden. Die Hauptzutat der mediterranen Küche – Herzlichkeit. Bei uns ist der Gast im Vordergrund auch als Freund des Hauses und wir geben uns Mühe, ihm gerecht zu werden. Dann wird mich doch wohl ein willkommener, freundlicher, warmer Empfang als Freund erwarten, oder? Mike wird sogar von Chef Jimmy persönlich empfangen – und wie! Moin! Wo bist du denn? Ich bin Mike. Ich bin Jimmy. Der hat sich nicht eine vorhergeschaut, das ist dem gerade wurscht. Aha, mein Koch, mein Erkan will da mitmachen. Ja, ja. Und das wer bist du? Das hat sie ernst gemeint. Was wirst du wissen? Was ich hier mache? Ja, zum Beispiel? Pullen da machen, eingießen, beraten. Oder freundlicher Gastgeber sein, schon mal gehört? Metre heißt das, ja, in Französisch. Metre. Wer sich so verhält, ist der Chef hier, oder? Ja, so ein bisschen. Ja, bin ich. Das hat jetzt Premiere hier bei meinem Lokaltanlokal. So bin ich noch nie empfangen worden. Gut, dass ich ein Humorist bin. Aber ich denke mir jetzt gerade, was ist denn das für ein Kauz, ne? Junge Mann, ist das möglich, dass du mal einen Erkan besorgst? Sag ihm doch mal Bescheid. Der ist im Keller eingesperrt, oder nicht? Achso, wie immer, oder was? Nein, nein, Spaß. Jetzt kommt er ja, ne? Ist ja ein eigener Typ mit eigenem Humor, würde ich jetzt mal sagen. Das wirst du wissen. Ja, ich weiß nicht. Oh! Ja, schau an! Schöne Überraschung haben wir da, ne? Das war früher mal in der Garage. Selber gemacht alles? Boah, das ist ein kleines Hobby. Er tobt sich halt so verbal nicht so gerne aus, aber so mit der Deko. Das hat er. Handwerklich ist er schon mal freundlich. Hallo! Hallo! Danke! Servus! Ich lerne hier gerade dein sehr eigener... Patron, Patron. Ja, aber wie, ne? Wieso bist du der Patron, ne? Der Jimmy ist ein Künstler. Er kann zwar Arroganz rüberkommen, aber ist er eigentlich gar nicht. Und der Auszug aus der Karte, nur dass ich jetzt mal eine kleine Vorstellung bekomme. Wie muss ich mir das vorstellen? Die Karte ist so unterteilt, dass es die Medivinos gibt. Die Medivinos? Die Medivinos. Also in dem Sinne, das sind so... Unsere Art von Tapas sozusagen. Tapas mal weg. Also Weinbegleitende kleine Häppchen, ne? Und dann gibt es die Intermezzos. Intermezzos bedeutet so kleine, mittelgroße Hauptgänge, die man sich dann so zusammenstellen kann mit Vorspeisen, Hauptgängen, Dessert. Genau. Jetzt gehen wir mal kochen? Wir gehen mal kochen. Und dann sitze ich ja dann, beim Essen bist du vielleicht noch dabei und dann... Da hast du gute Unterhaltung mit ihm. Ich hab die mir auch gefrühstellt. Genau, auf jeden Fall. Darcans Küche misst knapp 40 Quadratmeter. Höhenmeter nicht mitgerechnet. Alter, da braucht man hier mal... Da braucht man einen Lift da hoch, Alter. Ein paar Stufen müssen wir uns hier stellen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist mal kuschelig hier, ne? Natürlich, das ist die Spielwiese hier, ne? Eine kleine, schöne Spielwiese, überschaubar. Warte, aber da oben hast du noch... Wir beide, ne? Wir beide hier, wie gesagt. Aber da kannst du noch vorbereiten und so ein bisschen. Ja, ein bisschen vorbereiten. Da ist die Spielküche noch da hinten. Jetzt könnte man sagen, die Größe einer Küche ist nicht entscheidend. Naja, es ist schon entscheidend, wie ich mich bewegen kann und dass ich ein bisschen die Möglichkeit habe, zu atmen, vielleicht mit einer kleinen Küchencrew zu arbeiten. Aber man kann überall was rauskommen. Was gibt's denn? Erzähl mal. Heute gibt's leckere Iberico-Bäckchen, geschmorte. Okay. Außerdem machen wir eine schöne Püree. Sellerie-Püree. So eine Sellerie-Creme-Püree, genau. Okay. Um das Ganze ein bisschen zu pimpen, machen wir weiße Schokolade später dazu. Weiße Schokolade in Sellerie-Püree. Du kannst schon mal, wenn du willst, schon mal hier würfeln. Ja, mache ich weiter. Den Sellerie schon mal klein würfeln. Und was gibt's denn noch? Also natürlich das Püree mit Schokolade. Wie kommt man auf solche Ideen? Ich selber habe jahrelang in der Gourmetküche gearbeitet. Von daher haben wir auch vieles experimentiert damals. Und das sind solche Sachen, das sind solche Sachen, die man dann so zusammen so im Mund gefühlt. Dass man so richtig so Spannung, Spaß hat. Ich habe tatsächlich noch nie weiße Schokolade in meine Püree gegeben von Sellerie. Mal was anderes. Warum nicht? Aber schmecken muss es natürlich trotzdem. Jetzt machen wir ein bisschen Sahne dazu. Okay. Ach so, du ziehst das dann in der Sahne? In der Sahne, genau. Weich werden. Weich werden, genau. Dass die so schön weich werden. Was wir jetzt schon mal machen können, ist aber die Bäckchen, weil die brauchen ein bisschen länger. Die schmeißen wir gleich in den Ofen. Okay. Also ein bisschen Salzen. Nicht anbraten. Einige machen das in Anbraten. Aber ich mache die im Ofen. Ist immer viel einfacher, weil du siehst ja den vom Platz her. Okay. Bei 240, 230 Grad. Spanisches Iberobäckchen. Genau. Boah, das schaut aber auch richtig gut aus. Ich glaube, man probiert. Das Iberico ist ja das spanische Schwein. Das ist nicht vergleichbar mit unserem Hausschwein. Das ist also ganzjährig frei lebend. Und was man hier einfach unglaublich toll sieht, ist dieses Bindegewebe. Das intramuskuläre Fett, was dann nachher das Bäckchen so zum Schmelzen bringt, wenn es gegart ist. Die Bäckchen salzt Maik nur ganz leicht. Dann gehen sie für 15 Minuten bei 240 Grad in den Ofen. Ich habe schon Mierpour angebraten. Damit ich schon Röststoffe, schon Farbe kriege. Das heißt Mierpour, Karotte, Sellerie, Lauch. Genau. Und aus dem Sellerie, aus den Schalen habe ich hier das angesetzt. Mit dem Ansatz, ja. Tomatenmark dazu. Genau. Kurz abbrennen. Genau. Dann löschen wir das gleich ab. Mit einem guten Schuss Rotwein und Port. Jetzt bedeckt Erkan mit seinem Soßenansatz die Bäckchen. Die machen wir jetzt zu, mit Deckel drauf. Genau. Und die schieben wir jetzt für circa so zwei Stunden bei 140 Grad. Die Bäckchen, die hat man ja auch in der Regel immer schon fertig, weil es ein Schmorgerecht ist. Ich habe es abvakuumiert schön. Und aus der restlichen Soße, also aus dem was da ist, passiere ich ab, mache ich die Soße und die vakuumiere ich ein. Und später beim à la carte Geschäft habe ich ja hier mein Sauvide-Bäckchen. Sauvide-Bäckchen, legen wir einfach rein. Was mir hier richtig gut gefällt, er wärmt das jetzt dann eingeschweißt da drin, weil er alleine auch ist in der Küche. Hat aber trotzdem klassisch das gegart, klassisch die Soße angesetzt, kann quasi das Bäckchen, wenn es Temperatur hat, dann nochmal in die Soße schmeißen. Finde ich schon super. Dazu kommt noch ein bisschen Pflaume, da habe ich ein bisschen Portwein drin. Achso. So eingelegt. Genau, so eingelegt. Rosmarinkräuter, so ein bisschen Zimt. Das ist schon fein, was ich da so alles höre. Das ist kreativ, es ist ein Ticken modern dabei. Das pürierst du jetzt dann gleich? Genau, diese pürieren wir gleich. Dann ist das Gericht fertig, oder? Oder kommt noch was? Überrasche ich die noch, überrasche ich die noch. Ich mache dann alles schon mal fertig und dann heißt es nur noch genießen. Jetzt kommst du aber schon dazu. Ja doch, auf jeden Fall. Naja, ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich alleine mit dem Jimmy da sitze. Gerne doch. Zum Teller vorwärmen reicht die Zeit leider nicht mehr. Dein Teller ist arschgeil, nicht? Ja, richtig. Ich habe bis auf die Stelle... Aber der ist aber arschgeil. Abgesehen davon ist es optisch sehr ansprechend. Püree, Bäckchen, schöne Soße und die hat mal richtig Bums, das siehst du jetzt schon. Zum Verständnis für alle, die jetzt zuschauen, die jetzt sagen, das ist ja kein Hauptgang, das ist ja, das ist das Intermezzo jetzt. Und das ist jetzt ein mittelgroßes, warmes Hauptgang in dem Fall, wenn man sich jetzt... Ein Zwischengericht dazu sagen. Ein Zwischengericht, aber als Hauptgang. Ich fange mal an, oder? Genau, fangen wir an, bevor es geht hier. Kann der Bestseller des Hauses punkten? Das Bäckchen ist top gegart, es rutscht schön auseinander. Das ist ja immer bei Bäckchen, mache ich mal gerne so, dass die Leute das sehen. Schau dir mal das an. Fällt mir steil vom Herzen, alles gut. Oder? Super. Dann ist das Sößchen mal sowieso grundsätzlich geil. Das Ganze habe ich ja noch ein bisschen gefeinert mit grünen Kakao, das ist der Kakaobruch. Das gibt noch dieses quatschige Bittrige dazu. Dann hast du so eine ganz, ganz leichte Kakaonote. Das ist echt cool. Mit diesem Bruch des Kakaos, das ist super. Die weiße Schokolade im Sellerie, habe ich so noch nie ausprobiert, ist super. Man merkt wirklich, dass da so ein Hauch weißer Schokolade drin ist. Und jeder, der weiße Schokolade nascht, so wie ich, der weiß, was ich meine. Also ganz, ganz leichte Note. Und dann einfach die Pflaume mit der Sorge. Also das ist ein Geschmacksszener, ne? Freut mich, sehr schön. Das freut mich. Und was würde diese Portion jetzt kosten? 16 Euro. 16 Euro. Ist eine Ansage, darf man schon auch mal ehrlich sagen. Aber der Aufwand ist ja da, die Qualität vom Einkauf ist da. Also ich verstehe schon. Teller heiß, fertig und dann den Rest auch noch gut machen. Dann seid ihr vorne mit dabei. So klingt Begeisterung. So, Leute. Medivino. Können wir uns mal merken, ne? Erkan hat sich als richtig, richtig guter Koch rauskristallisiert. Der kocht auf den Punkt. Bisschen klassisch und doch modern. Ich hab das auch kapiert von der Portionsgröße. Qualität kostet auch sein Geld, sein Preis. Und was macht er? Mit wenig Komponenten auf dem Teller schafft er ein Maximumergebnis. Geiler Typ. Jetzt kommen wir zu dem Chef. Jimmy. Auch ein geiler Typ, ne? Ich weiß, viele brauchen ein bisschen. So einen zynischen Humor verträgt nicht jeder. Ich find ihn mega, ne? Den werden wir dann hoffentlich gleich nochmal erleben. Someday we'll be...